Hallo Freunde der gepflegten Feuerunterhaltung. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Ja, wir zocken heute Rainbow Reactor. Ich habe es schon lange nicht mehr angeschaut und es sind einige Updates rausgekommen. Das Spiel ist jetzt in Deutsch. Wir haben tolle Musikuntermalungen und ja, wir haben Valve Index Controller Unterstützung. Wie wir sehen, ich kann alle meine Hände vernünftig benutzen. Oder meine Finger, nicht meine Hände. Meine Hände natürlich auch. Ja, aber das Wichtigste für mich war jetzt eigentlich, dass ich auch die Gripptaste der Valve Index Controller nutzen kann. Und das funktioniert leider nicht bei allen Leuten mit der Valve Index. Also es gibt Meldungen, dass bei manchen Leuten funktioniert hat, bei manchen nicht. Und bei den Leuten, die die Bälle jetzt nicht mit den Gripptasten der Valve Index Controller greifen können. Da gibt es jetzt einen kleinen Fix, den möchte ich euch jetzt erst mal erklären. Also Video ab. Ja Leute, um bei Rainbow Reactor die Gripptaste benutzen zu können bei den Index Controllern, müssen wir was umstellen. Wir müssen was erstellen und das zeige ich euch jetzt. Einmal gehen wir hier auf dieses Fenster, dann auf diese drei weißen Balken, klicken einmal mit der linken Maustaste rein. Dann gehen wir auf Geräte, Controller-Einstellungen. Und dann müssen wir das, ja, die Controller-Bindings für Rainbow Reactor raussuchen. Wenn ihr das jetzt seht, wie ich ungefähr, Rainbow Reactor nicht drin ist, geht ihr hier auf Show More Applications. Und da ist ein Rainbow Reactor. Bei euch kann es natürlich auch viel, viel tiefer sein. Da gehe ich jetzt erstmal rein. So, gehe mal einmal auf das Originale. Dann gehe ich bis zum Griff runter. Dann wähle ich hier dieses, ja, Bleistiftzeichen-Symbol aus. Dann muss ich hier einmal rein klicken. Und dann trage ich da ein, Interact with UI. So, und da hier der Spiegelmodus aktiv ist, wird es auch auf der rechten Seite dann umgeändert. Jetzt machen wir einmal persönliche Zuordnung speichern. Da können wir jetzt einfach eintragen. Grip fix rainbow reactor. Dann speichern wir das Ganze. Und gehen auf zurück. Das Ganze ist momentan nur ein Fix. Das heißt, sehr wahrscheinlich, wenn wir Glück haben, packt der Entwickler das Ganze ins Menü und wir können es bequem im Rainbow Reactor Menü auswählen, ob ich jetzt mit dem Trigger den Ball greifen möchte oder mit der Grip-Taste. Und bei den Index-Controllern ist es natürlich, ja, einfach logisch, dass ich die Grip-Taste benutzen will, weil es einfach, ja, realistischer wirkt. So, jetzt habe ich bei meiner Version aber das Problem. Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist. Wenn ich jetzt Rainbow Reactor lade, dann wird mir angezeigt, dass das erstellte Binding hier, egal was ich mache, zu alt wäre und es wird auf das originale Default-mäßige zurückgesetzt. Und ja, ich muss es dann im Spiel wieder manuell umstellen. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. So, das Spiel startet dann in diesem Menü hier in SteamVR und ja, das ist die Meldung, die wir hier bekommen. Das heißt, wir gehen einmal hier auf Schließen. Dann gehen wir einmal auf, ich glaube zurück, genau, Rainbow Reactor. So, dann gehe ich hier auf mein persönliches gespeichertes, ja, Controller Binding. Und mache hier wieder diese Zuordnung auswählen. Dann gehe ich wieder auf zurück. Ja, das ist eigentlich das schon gewesen. Jetzt können wir ganz normal mit der Grip-Taste die Bälle greifen und das machen wir jetzt. Ja, Leute, das war der kleine Fix und ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Danke auf jeden Fall an Kalle Max, der mir das hier so gezeigt hat, weil das kommt jetzt nicht von mir alleine. Also einer der Entwickler hat mich hier ein bisschen unterstützt. Aber ich hoffe echt, dass das Menü hier, ja, dass das irgendwann im Menü eingebaut wird, dass ich hier unter Optionen einfach sagen kann, okay, Grip-Taste oder Trigger, um die Bälle zu greifen. Das wäre eigentlich optimal und wenn das dann funktioniert, ja, kann jeder einfach im Menü alles umstellen, wie man das braucht. Ja, ich würde sagen, wir probieren jetzt erstmal, wie das Ganze so klappt und ob es klappt. Also, los geht's. Los geht's. Chroma-Bälle kommen aus dem Reaktor. Pass auf, sie sind sehr empfindlich. Okay. Schnapp sie dir und lass sie nicht fallen. Du musst die Bälle ins Abklebenbecken werfen und sie zum reagieren bringen. Positionieren sie deswegen gemäß ihrer chromatischen Polarität. Das bedeutet Farbe. Umso mehr von ihnen auf einmal reagieren, desto mehr Energie liefern sie. So, den Ball erst jetzt mal da rein, dann haben wir. Genau. Vierfache Reaktion. Noch mehr Energie. Dann machen wir mal eine Vierfache Spitze. Also mindestens Treiben muss man haben. Das gibt natürlich auch mehr Punkte. Das klappt ganz gut mit dem Grip-Tasten. Gefällt mir. Das System kennt ja wahrscheinlich jeder von irgendwelchen Handy-Games. Die Musik ist jetzt echt stimmig, finde ich. Da machen wir mal ein Dreier einfach. Eine einfache Reaktion. Gut. Das ist auch nicht zu unterschätzen, einfache Reaktion. Nicht schlecht. Noch fünf Reaktionen. Mal sehen wir da hin. Ich muss mal schauen, wie ich das am klügsten anstelle, dass ich hier gleich so viele wie möglich habe. Aber jetzt müsste ich eigentlich zwei gelbe Bälle haben. Kann ich die ablegen? Ja. Dann müsste ich versuchen, die zeitgleich zu werfen. Da kommt auch schon was. Ach, nee. Das funktioniert nicht. Okay. Ganz nett. Ganz nett. Komm, hör auf. Sieht auf jeden Fall cool aus. Und da oben die Strikes sind, werden wir irgendwas fallen lassen, rauswerfen und so weiter. Das ist natürlich jetzt noch sehr langsam, das Ganze. Also Musik gefällt mir echt gut. Passt irgendwie zum Game. Multiplikator auf Maximum. Genau, volle Energie. Fantastisch. Nur noch eine Reaktion. Eine Reaktion. Komm, wir versuchen mal beide gleichzeitig. Ach, okay. Schade. Super, du hast das Ende der Schicht erreicht. Übrig gebliebene Chroma-Bälle werden dir vom Lohn abgezogen. Ey. Du hast weniger als drei Chroma-Bälle im Becken gelassen. Super gut. Du kriegst 10.000 Bonuspunkte und wir löschen alle Strikes. Yes. Dein Multiplikator ist auf Maximum. Du bekommst 500 Bonuspunkte. Du hast die Schicht ohne Fehler geschafft. Das gibt 1.000 Bonuspunkte. Ohne Ende Punkte hier. Let's go. Wir probieren mal ein bisschen was größeres zu erreichen hier. Ach, hier. Ich weiß. War schon mal besser. Das funktioniert nicht super mit dem Werfen, mit dem Greifen. Nein. Oh nein, runtergefallen. Ja, ich weiß. Ich glaube Dietrich heißt du, ne? Gut. Ach so, das Game ist momentan im Angebot. Bis zum 30. September kostet es nur noch 5,99. Also, wem das jetzt hier gefällt, zuschlagen Leute. Niederenergetische Reaktion aus Rückstandsbällen. Boah, ich dachte, der fällt runter. Den hinteren Teil müssen wir sauber halten. Ah, den wollte ich hier vorne hinsetzen. Da hätte man einen Vierer gehabt. Brauchen wir gleich noch einen hellblauen. Nicht schlecht. Schön aufgeräumt da hinten. Ja, ha, ha. Hausmeister hier. Chillige Musik. Ganz nett. Niederenergetische Reaktion aus Rückstandsbällen. Noch 5 Reaktionen. Gut. Nachher kann man die auch kombinieren, um verschiedene Farben zu generieren. Das kommt aber, glaube ich, erst in den höheren Level. Müssen wir hinten den gelben auf jeden Fall wegballern. Ah, da kommt noch einer. Ah, aber da können wir einen Vierer draus machen. Ist okay. Nein, können wir keinen Vierer draus machen. So, den Dreier kriegen wir aber da hinten, oder? Nice. Schön aufgeräumt da hinten. War nicht klug geworfen. Fünffache Reaktion. Noch mehr Energie. Nur noch eine Reaktion. Okay, dann die müssen wir da hinten machen. Definitiv. Niederenergetische Reaktion aus Rückstandsbällen. Ende der Schicht. Mal schauen, wie du dich angestellt hast. Feierabend, ich bin weg. Du hast weniger als elf Chroma-Bälle im Becken gelassen. Nicht schlecht. Du kriegst 100 Bonus-Punkte und wir löschen einen Strike. Ah, da hättest du ruhig zwei Zweikes löschen können. Aber mit dir muss ich nochmal verhandeln, Junge. Du kannst die chromatische Polarität von Energie-Bällen ändern, indem du zwei von ihnen zusammenmischst. Ah, kommt. Was ich gerade erwähnt habe. Manche Farben funktionieren nicht oder führen zu absolutem Energieverlust. Schau dir nebeneinander gehaltene Bälle genau an, um zu sehen, was passieren könnte. Ich habe ja auch kein Auffangbecken mehr. Du hast noch drei Strikes. Warum habe ich denn jetzt eins zu viel? Ein Strike. Okay. Eine einfache Reaktion. Grün. Ups. Ups. Ja, genau. Ups. Nicht schlecht. Okay, wir müssen Rot generieren. Grün. Gut gemischt. Rot. Schöne Mischung. Ja. Nur noch ein Strike übrig. Noch eine Reaktion aus Rückständen. Wenn diese Auffangbehälter nicht da sind, ist das ein bisschen gemein, finde ich. Vierfache Reaktion. Höhere Energie. Oh, schöne Farbe. Was jetzt? Game over, Mann. Game over. Ach, komm. Wo sind wir denn gelandet? Das ist jetzt Sifi. Tupac VR. Hier, 61. Könnte besser sein, ne? Einen machen wir noch. Wir starten jetzt auch direkt hier. Du kannst die chromatische Polarität von Energiebällen ändern, indem du zwei von ihnen zusammenmischst. Aber pass auf. Manche Farben funktionieren nicht oder führen zu absolutem Energieverlust. Schau dir nebeneinander gehaltene Bälle genau an, um zu sehen, was passieren könnte. Ganz nett. Mach mal jetzt. Stimmt, wenn man die so ein bisschen nahe aneinander hält, gibt's. Gut gemischt. Ich dachte, dann schimmert das ein bisschen, aber war da gar nicht. Das Gelb, den hätte ich auch gerade schon nutzen müssen. So, jetzt packen wir mal ab. Schöne Mischung. Gut. Das Grün da hinten. Oh, schöne Farbe. Blau ist ne schöne Farbe, ja. Da hast du recht. Vollkommen recht. So, dann können wir den weg machen. Ah, und da hinten. Okay. Wir müssen da hinten, weil da kommen die ja immer wieder raus. Gut gemischt. Toll. Wir müssen Rot oder Grün noch haben. Wir können mal ne andere Farbe kommen. Eine einfache Reaktion. Gut. Schöne Mischung. Ah, Mann. Oh, schöne Farbe. Schön aufgeräumt da hinten. Gut. So, langsam muss Grün. Das ist jetzt Grün. Jawohl. Gut gemischt. Niederenergetische Reaktion aus Rückstandsbällen. Noch 15 Reaktionen. Machen wir den hier. Nicht schlecht. Machen wir den hier. Ganz nett. Dann haben wir noch jetzt Grün. Blau und Gelb war Grün. Schöne Mischung. Noch eine Reaktion aus Rückstandsbällen. Schöne Mische hier. Weiter so. Hier vorne könnten wir auch noch mal ein bisschen aufräumen. Gibt das auch was? Ne. Okay, müssen wir den hier hinpacken. Oh, schöne Farbe. Nein. Den habe ich gerade nur noch im Augenwinkel gesehen. Ja, Entschuldigung, Dietrich. Wird mir ja vom Lohn abgezogen, ne? Gut. Come on. Gut gemischt. Dann haben wir noch mal ein Grün. Dann können wir da noch mal aufräumen. Schöne Mischung. Schön aufgeräumt da hinten. Niederenergetische Reaktion aus Rückstandsbällen. Ja, besser als gar nichts. Jetzt müssen wir die Roten da wegkriegen. Oh, schöne Farbe. Noch eine Reaktion aus Rückständen. So. Den noch weg. Okay. Gut gemischt. Ah, ich bin der Meister-Mischer hier. Das ist natürlich blöd jetzt. Den müssen wir da hinpacken. Rot haben wir noch hier. Schöne Mischung. Noch fünf Reaktionen. Oh, schöne Farbe. Aber fast was passiert. Gut gemischt. Oh, ffff. Komm, komm, komm. Ne, der ist weg. Der ist verloren für immer. Du hast noch drei Strikes. Prima. Müssen hinten noch schnell. Schöne Mischung. Oh, ich bin... Ich werfe gerade schlecht. Ah, der hat sich nochmal gefangen. Geil. Sehr geil. Oh, schöne Farbe. Der war nicht geil. Gut gemischt. Schön aufgeräumt da hinten. Schöne Mischung. Niederenergetische Reaktion aus Rückstandsbällen. Das war gut. Oh, schöne Farbe. Nicht schlecht. Nur noch eine Reaktion. Gut gemischt. Ja, rot könnten wir... Ja, jetzt können wir rot machen. Schöne Mischung. Noch eine Schicht geschafft. Schauen wir uns mal deine Punkte an. Ja, komm, schau. Du hast weniger als elf Chroma-Bälle im Becken gelassen. Nicht schlecht. Du kriegst 100 Bonus-Punkte. Und wir löschen einen Strike. Über das Thema haben wir gerade schon gesprochen, ne? Der hört mir nicht zu. Hey, ich hatte eine gute Idee und habe die Arbeiter-Botter gebeten, diesen energetischen Ballhalter einzubauen. Wenn du einen Chroma-Ball für später aufheben willst, leg ihn rein. So, die machen wir jetzt noch. Oh, schöne Farbe. Wir müssen hier mehrere Halter haben. Gut gemischt. Haben wir rot? Rot. Schöne Mischung. Kann man jetzt gerade nichts mitmachen, ne? Rot. Oh, schöne Farbe. Gut gemischt. Schön aufgeräumt da hinten. Okay, jetzt kannst du nochmal rot generieren. Und dann nochmal rot. Das ist gut. Schöne Mischung. Oh, schöne Farbe. Vierfache Reaktion. Höhere Energie. Oh, das muss ich hier mal ein bisschen... Sonst kriege ich dir gar nicht mehr weg. Ganz nett. Gut gemischt. Boah, der war knapp. Schöne Mischung. Nein. 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 Das sollte doch ganz woanders hin. Oh, schöne Farbe. Mega energetische Reaktion aus Rückstandsbällen. Gut gemischt. Kommt jetzt noch was? Okay, grün kann ich jetzt generieren. Schöne Mischung. Toll. Oh, schöne Farbe. Gelb, gelb, gelb. Überall gelb. Das ist doch Mist. Ja, komm, dann kann ich grün machen. Das ist gut. Give it to me. Give it to me, baby. Schöne Mischung. Noch eine Reaktion aus Rückständen. Oh, schöne Farbe. Komm, gelb. Kann ich da noch blau? Kann ich machen, oder? Jawohl. Gut gemischt. Schön aufgeräumt da hinten. War auch dringend notwendig. So, jetzt müssen wir trotzdem den hier... Ach, was war das für ein Wurf? Du hast noch drei Strikes. Oh nein. Ja, okay. Schöne Mischung. Nur noch ein Strike übrig. Gut. Oh, schöne Farbe. Gut gemischt. Nein. Okay. Okay, doch. Da hast du nochmal dahin gewackelt. Schöne Mischung. Schöne Mischung. Okay, da müssen wir... Auf mich kommt noch einer jetzt. Oh, schöne Farbe. Noch 15 Reaktionen. Gut gemischt. Bitte, bitte. Jawohl. Wieder energetische Reaktion aus Rückstandsbällen. Schöne Mischung. Noch eine Reaktion aus Rückständen. So. Oh, schöne Farbe. Die Roten weg. Okay, das war's. Ich glaube, ich brauche einen neuen Mitarbeiter. Ja, brauchst du. Wo sind wir denn jetzt? Bin ich besser geworden? 61, nein. Aber ich bin über Ziffi. Ja, Leute. Ich würde sagen, ich mache hier Schluss. Ja, hat sich zum... Ja, weiter zum Positiven gewandelt. Das Spiel, sage ich mal. Musik ist echt cool. Und ja, mit der Steuerung, mit dem Fix, klappt es auf jeden Fall auch ganz gut. Macht mir persönlich mehr Spaß, als jetzt mit dem normalen Grip-Tasten, wie bei der Oculus Rift oder HTC Vive. Ich habe es, glaube ich, damals mit der Vive gespielt. Und da hat es mir jetzt nicht so zugesagt. Und jetzt hier macht es echt Spaß. Ja, Leute. Wie eben schon erwähnt, das Spiel ist momentan noch bis zum 30.09. für 5,99 Euro im Angebot. Und ich glaube, das waren 60% Rabatt. Also, wenn ihr das hier jetzt cool fandet, das Video. Kauft das Spiel, unterstützt den Entwickler. Echt nette Leute. Und sowas kann man echt mal unterstützen. Und für 5,99 Euro. Hey, Leute. Ich glaube, das macht definitiv mehr Spaß, als so und so solche Spiele hier am Handy zu zocken. Weil hier ist man wirklich drin und kann wirklich was tun. Die Bälle werfen und so weiter. Und nicht nur irgendwie mit dem Finger irgendwo drauf zeigen. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich natürlich wie immer über ein Like freuen. Und ja, wie immer. Falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt, haut doch mal auf den Abo-Button. Würde mich echt darüber freuen. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.